Drei Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Dieter Wedel. Der TV-Regisseur soll die Schauspielerinnen sexuell belästigt haben. Wedel weist die Anschuldigungen zurück. Drei Schauspielerinnen behaupten, von TV-Regisseur Dieter Wedel sexuell belästigt worden zu sein. Darüber berichtet das Zeitmagazin. Eine der Frauen spricht gar von einer Vergewaltigung. Der 75-jährige Filmemacher weist die Vorwürfe zurück. Die ehemalige Schauspielerin Yanni Tempel sagte dem Magazin, Wedel haben sie 1996 in einem Hotelzimmer in München im Bademantel zu einem Vorstellungstermin empfangen. Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst. Sie habe bitte nicht gerufen, aber er habe sie aufs Bett geworfen und zum Sex gezwungen. Das Magazin fragte beim Regisseur nach. Wedel erklärte schriftlich, er könne ausschließen, dass er diese Frau oder eine andere Schauspielerin für ein Vorsprechen im Bademantel empfangen habe. Dieser Frau gegenüber war ich definitiv nie gewalttätig, ich habe sie nicht gepackt, an die Wand gepresst und auch nicht mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen, so Wedel mit. Eine andere ehemalige Schauspielerin berichtet, wie Wedel sie 1991 zu einem Casting in ein Bremer Hotelzimmer gebeten habe. Ohne Vorwarnung habe er sie bedrängt, ihre Bluse aufgerissen und versucht, sie auf die Couch zu werfen. Sie habe sich gewehrt. Daraufhin soll Wedel die Frau gewirkt haben. Ich bekam große Angst und wehrte mich mit aller Kraft, sagt die Frau. Es sei ihr gelungen, sich von Wedel loszureißen. Wedel weist auch diesen Vorwurf zurück. Das Zeitmagazin sprach auch mit ehemaligen Mitarbeitern Wedels. Die Journalisten fragten nach, wie diese den Umgang Wedels mit Schauspielerinnen erlebt haben. Ein Kameramann und ein weiteres führendes Teammitglied sagten, dass Wedel bei den Dreharbeiten zur Affäre Sämling Anfang der 2000er Jahre eine Schauspielerin vor der gesamten Crew angebohlt und über Monate bei den Dreharbeiten unter Druck gesetzt habe. Diese Schauspielerin habe ihnen damals erzählt, dass sie zuvor Wedels sexuelle Annäherungsversuche abgewährt habe. Die Schauspielerin, die nicht mit ihm schlafen wollte, hat er fertig gemacht, sagt der Kameramann. Die Frau selbst bestätigt diesen Vorfall. Dazu erklärte Wedel, dass er während Dreharbeiten zwar öfters laut geworden sei. Er habe sich geärgert, wenn Schauspieler ihre Rollen nicht hinreichend beherrschten oder nicht ausreichend begabt gewesen seien. Diesen Ärger habe er dann grob zum Ausdruck gebracht. Jedoch habe dies nicht in Zusammenhang mit vorherigen sexuellen Forderungen gestanden.